Ja, sehr geehrte Pressevertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 35. Spieltags in der dritten Liga mit der Partie TSV Havelse gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg. Endstand 1 zu 0 vor 210 Zuschauern in der HDI-Arena. Ich begrüße beide Trainer, Thomas Stamm für den SC Freiburg, Rüdiger Ziel für den TSV und Herrn Stamm gehören die ersten Worte. Ja, erstmal Glückwunsch, Rüdiger, deinem Team für den Sieg. Ja, wir haben den Gegner ein bisschen höher erwartet, sehr tief stehend heute mit der gleichen Systematik, wie sie immer spielen. Da haben wir uns schwer getan, erste Halbzeit, weil wir wenig Tiefe hatten, wenig Bewegung dann auch in der letzten Zone, viel Ballbesitz, aber wenig Möglichkeiten. Haben dann, ja, glaube ich, trotzdem Momente gehabt, wo wir auch nach gegenpressigen Momenten, wo wir im Spielaufbau von ihm eine gute Torschance haben, nach Balleroberung von Max Rosenfelder, wo wir vielleicht auch, ja, das Tor machen können, erste Halbzeit und, ja, wussten über ein, zwei schnelle Spieler, die sie dann auch haben im Umschaltmoment. Und wir dürfen dann nicht in eigenem Ballbesitz bei Einwurf, wo wir dann einfach in Überzahl nicht verteidigen, den langen Ball zulassen. Ja, ein paar Dinge angesprochen dann in der Pause und dann, finde ich, wurde es deutlich besser. Ich habe keine Torschance, zweite Halbzeit, auch keinen gefährlichen Konter, außer mal am Anfang, wo es dann trotzdem gut nachverteidigt wird. Wir haben also Noah dann nichts mehr zu tun gehabt und das ist uns erste Halbzeit nicht so gelungen, da haben wir zu viele Kontersituationen zugelassen. Ja, und dann hast du auch die Möglichkeiten, dann war es einen Tick besser. Wir haben Robert Wagner, zwei Abschlüsse, Lars Kehl jetzt ganz zum Schluss, Sihan Li mit einer hundertprozentigen Torschance, wo wir dann die Tore nicht machen. Aber ich glaube, jede Mannschaft beißt sich so ein bisschen die Zähne aus, wenn du eine Mannschaft hast, die leidenschaftlich verteidigt, vor dem eigenen Sechzehner mit fünf, drei, zwei alles probiert wegzuhalten. Und dann tut dir vielleicht ein Stürmertyp wie Vincent gut, der jetzt heute bei den Profis mit dabei ist, wo du vielleicht noch mehr von außen die Box füttern kannst, wo du mal das eine oder andere Kopfballduell gewinnst. Das hatten wir heute nicht, also mussten wir andere Lösungen suchen. Und ich fand, zweite Halbzeit war dann die Art und Weise gut, erste Halbzeit nicht. Deshalb verlieren wir das Spiel und wissen trotzdem, was wir zweite Halbzeit dann gegen eine Mannschaft, die Hut ab, auch wenn man schon abgestiegen ist, dann so leidenschaftlich verteidigt auch Punkte mitnehmen möchte. Ja, unsere Chancen rausgespielt und die müssen wir nutzen. Das begleitet uns diese Saison ein bisschen und wollen jetzt trotzdem Kräfte sammeln. Montag, Samstag war mit zwei Auswärtspartien, lange Reise, trotzdem auch viel Kräfte sammeln und dann noch mal in den letzten drei Spielen angreifen. Danke. Vielen Dank, Thomas Stamm. Rüdiger, wie hast du das Spiel gesehen? Erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Am Ende war es, glaube ich, viel Laufarbeit, viel Verteidigung von meiner Mannschaft. Klar, der Ansatz, normalerweise einen Wechsel hinzukriegen, im Angriffspressing oder Abwehrpressing zu stehen, war einfach diese Entscheidung, jetzt gegen eine spielstarke Mannschaft von Freiburg tiefer zu stehen, weil sie es eigentlich immer geschafft haben, den Ballbesitz die erste Linie zu überspielen. Und der Gedanke einfach war, dann stehen wir direkt schon tiefer, bevor wir noch hinterherlaufen müssen und dann die eigene Hälfte verteidigen. Und das hat die Mannschaft richtig gut umgesetzt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit noch mal mehr Balleroberungen gehabt und dann auch Kontermöglichkeiten gehabt. Zweite Halbzeit war es einfach viel Leiden, viel laufen. Und ich glaube, alle, die im Vorfeld jetzt von dem Spiel oder auch den anderen Spielern immer fragen, wie es mit der Moral, wie es mit der Einstellung der Mannschaft bestellt ist, ich glaube, war heute ein gutes Zeichen einfach, dass man viel, viel investiert, viel gelaufen ist, zu Null gespielt hat, sich belohnt hat dann für einen großen Aufwand. Und ich freue mich einfach für die Mannschaft, dass wirklich sie gezeigt hat, welcher Charakter in ihr steckt. Und wir heute, wenn es auch ein bisschen glücklich ist, aber am Ende müssen wir uns für die Art und Weise nicht entschuldigen. Das ist eine Herangehensweise, die auch andere Mannschaften wählen. Und ich bin einfach froh, dass wir das so gut umgesetzt haben und da die drei Punkte geholt haben und eine Mannschaft einfach sehr, sehr viel investiert hat und Zeichen einfach wirklich nochmal betont, welcher Charakter in der Mannschaft steckt. Vielen Dank. Vielen Dank, Rüdiger. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dirk Tietenberg, bitte einmal kurz aufs Mikrofon warten. Ja, los zusammen, Herr Rüdiger. Es ist jetzt so, zwei Spiele, vier Punkte geholt. Handschrift ist zu erkennen, Plan wird umgesetzt und so weiter. Ist natürlich klar, ein bisschen schade, dass es jetzt so spät erst ist. Oder ihr hattet ja schon mal eine Phase, wo ihr dachtet, okay, jetzt seid ihr dabei, jetzt punktet ihr, jetzt punktet ihr wieder, dass es so spät ist. Eigentlich schade oder ein bisschen das Traurige bei dem Sieg heute? Ich glaube, Plan und Idee hat man, glaube ich, in vielen Spielen gesehen. Umsetzung war oftmals ein bisschen schwierig und auch ganz klar, muss man auch sagen, auch schlechte Leistungen dabei, wenn man gerade die Heimspiele gegen Würzburg und gegen Verl sieht. Es ist einfach so, dass wir einfach sehr viele, sehr große Schwankungen drin hatten und es nicht geschafft haben, so auf Dauer, auf Konstanz einfach diese Leistung abzurufen. Es ist einfach Thema. Wir haben insgesamt, wenn man es komplett sieht, einfach zu viele Standardgegentore auch kassiert, die uns einfach das Genick gebrochen haben. Plus Möglichkeiten, die wir hatten, zu wenig genutzt. Und ich glaube, heute war das einfach so, dass wir die Standards gut wegverteidigt haben. Und klar, was der Kollege gesagt hat, kam uns entgegen, dass Vincent Vermeyer nicht dabei war. Ich glaube, da konnten wir auch aus dem Spiel eher die Flanken zulassen, weil wir da einfach einen größten Vorteil hatten im Zentrum. Und selbst von den zwei, drei Möglichkeiten, die wir hatten, dann auch eine genutzt haben. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann wünschen wir unseren Gästen aus Freiburg eine gute Rückfahrt und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.